Diese hier angebotene 2-Zimmer-Wohnung ist ab Juli 2014 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf Pempefort. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 54 Quadratmetern. Die monatliche Pauschalmiete beträgt 1.150 Euro. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017